äh ja so würde ich auch sagen ja dann sehr dramaturgisch So close 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 die Pose Weg mit dir Ich weiß nicht was ich hier purify, aber ich kann es auf jeden Fall Scroll of mana shield Aha Warum wollt ihr jetzt alle gleichzeitig zu mir kommen? Okay Okay Aua Weg mit dir Weg mit dir Weg mit dir Ich würde dir mal aufhören, immer einen Schritt nach vorne zu gehen Wenn ich angreife, wäre das doch besser Achso Ich habe gerade einfach mal aus Versuch Umschalt festgehalten Und ja, dann bewegt er sich nicht mehr Gut zu wissen Gut zu wissen Umschalt hat mir noch Nein, das hat mir keiner gesagt Ich habe es auch einfach noch nicht ausprobiert Ist die Angriffer Zwingtaste? Warum hast du nicht gesagt, dass du das nicht weißt? Weißt du, das ist immer so schön mit Sachen, die man nicht weiß Die sind immer so schwer zu fragen Aber so lernt man das Spiel halt für sich Ist auch viel sinnvoller für so eine Bogenschützin jetzt Das ist viel sinnvoller Lauf! Lauf! Lauf, als gäbe es einen Schuh verkauft Ja, wer kommt denn da? Wir müssen die Raider abwehren Einen wunderschönen guten Abend Robby, moin Yves Was zur Hölle Robby und Nobody Ist das abgesprochen? Ist das abgesprochen? Ich muss Shoutouts machen Gib mir mal Maus Einen wunderschönen guten Abend Wie geht's euch? Willkommen auf Ebene 13 Glaube ich, ne? Ebene 13 Äh, da fehlt was Da fehlt was Was fehlt davor? Oh, Final Fantasy 16 Mhm Ja Also fürs Spielen Sollte das dann auch besser sein Wenn dann Ja So, hätte ich das gerne Es lagert halt Weil Mikro im Weg Mal Kinder mit Nein, auf keinen Fall Frank Auf gar keinen Fall Lagert es immer noch ein bisschen Ja, ist halt Ne? Soll die Kamera Robby Robby bei seiner Lieblingsbeschäftigung Dinge einstellen So Äh Ne, das ist nicht das Richtige Was ist denn hier los? Ach, du hast eine Null in deinem Namen Ja, ist natürlich klar Und ihr habt Dead by Daylight Okay Das Monopoly Angenommen Gut Mika, muss noch machen So Stickermaker Wo ist es denn? Ich meine, habt ihr das letzte Mal Monopoly gespielt? In echt Ich hab von der Ewigkeit Das letzte Mal Monopoly gespielt Also das Brettspiel tatsächlich Das wird ewig her Aber Robby Final Fantasy 16 Wie ist dein Fazit bis jetzt? Ohne Spoiler bitte Ohne Spoiler Spiele ich mit den Kids öfter? Ja, ihr habt auch ganz viele Brettspiele Hab ich ja gesehen Als ich bei dir war Da verstehe ich das natürlich Aber wie geht's euch? Wie geht's euch allgemein? Wie ist euer Wochenstart so verlaufen? Und ich hoffe ihr seid Ihr habt eure Hosen fest angeschwürt Denn wir sind auf Level 13 Und ich glaube wir schaffen heute Diablo 1 durchzuspielen Ich glaube Ich hoffe Ich vermute Ich habe keine Ahnung Grandiose Spiel Pflicht Steht schon auf meinem Plan Mhm Nachdem ich Yakuza durchgespielt habe Das heißt in Zwei Monaten oder so Wollte gerade fragen Ist das etwa Diablo 1? Das ist Diablo 1 Ich habe mich dazu durchgerungen Diablo 1, 2, 3 und 4 zu spielen Also Da liegen noch Sachen rum Ja, Entschuldigung Aber Ist doch Wurst Nein Das ist keine Sache Wo liegen da Sachen rum? Ist jetzt nicht so Dass ich einen Geldmangel hätte Ähm Ja, nochmal Ich habe mich dazu durchgerungen Diablo 1 bis 4 zu spielen Also die Story tatsächlich Jetzt nicht Ewig langes Endgame Grinding Oder sowas Ähm Bei 3 und 4 Werden wir bestimmt Das eine oder andere Auch nachher noch machen Ähm Aber ich habe ja noch nie Diablo gespielt Deswegen wollte ich das mal Als Einstieg nutzen So Alle wollen bei Diablo 3 mitspielen Alle wollen bei Diablo 3 mitspielen Alle wollen bei Diablo 3 mitspielen Aber kann ich machen Ich kann gerne Bescheid geben Ich habe nur noch keine Ahnung Wann das passiert Ich bin jetzt auf Ebene 13 Wow Was kann ich dir für dich Irgendwie eine tolle Mission Oder so für mich Irgendwas Tolles Ist das jetzt 13 Dexterator 18 Ich habe keine Ahnung Keiner kann es lesen Hallo mein Freund Freund, bleib ein bisschen und hör'n. Kann der Kollege trinken Geese? es werden stressige wochen finden oder stressige woche ich hoffe ja tatsächlich dass nächste woche wieder halbwegs so okay so was dann mal viel erfolg viel vielen dank ja wir haben heute die schlüssel bekommen und der eigentümer hat der eigentümer hat auch vorher in der wohnung gewohnt mit seiner freundin oder frau und die das sind einfach grandiose vermieter wenn man ehrlich ist ne also die fernsehhalterung haben sie uns dran gelassen die schenken uns nen eckteil vom packschrank die haben die ganze wohnung gewohnert also das ist das ist nicht besenrein die ist wie geleckt das ist schon echt viel hier weird sort of gore also geiles schwert super geiles schwert nur ich brauche kein schwert mein junger davon abgesehen 54.000 könnte ich mir gar nicht leisten und dann ziehst du mit deinen ottern ein ja aber echte otter soll man sich ja nicht halten ich weiß aber auch gar nicht ob die so viel dreck machen die brauchen halt wasser aber ich glaube so viel dreck machen otter gar nicht gut wir haben keine neue quest das heißt wir gehen wieder zurück wir haben immer noch die valor quest oder vaylor keine ahnung wann wir da was machen heilung sieht das vielleicht eklig aus nicht genug manna mhm da ist das nicht genug manna ich werde ziemlich einfach mal wieder in den lockt mein bester und hör dir zu alles klar robbie entspann ein bisschen was du dir nach deinem stream definitiv verdient und wir hören uns wir sehen uns bis später ja 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 meine liebe stieg Immer gut, wenn der Gegner uns trifft, aber wir ihn nicht. Immer diese Camper hier, immer diese Camper, Valor bist du schon zu weit für, das habe ich mir gedacht, aha, das habe ich mir tatsächlich gedacht, aber, ja, was willst du machen? Ich bin, ich bin meinem Gefühl nach überlang gegangen, habe aber keinen gefunden. So super ist die Rüssi aber auch nicht? Ja, keine Ahnung, aber es ist eine Questrüstung, ich hasse euch, geh weg. Also gegen die Viecher im Nahkampf muss ja richtig nervig sein. Gegen die Sukubus, Sukubus, gegen die halbnackten Frauen, die hier Kugeln schießen. Aua! Oh, der ist weg. Wie viel besser das Kugels geht, wenn ich Umschalt festhalte? Wir haben ein Pixel Brustwarzen, so sexy. Ja. Über einen Pixel Brustwarzen hat es keine Brustwarzen, ne? Ich glaube, das heißt, mein Bogen ist im Arsch, ne? Fast im Arsch. Ist das eigentlich dauerhaft? Keine Ahnung, ist auch egal. Wow, was kann ich für dich tun? Was tut dir, mein Freund? Ja. Oh. Ich hab kein Gold mehr. Ahem. Ich kann das hier nicht kasten. Dann nimm es mit. So. Was tut dir, mein Freund? Ich bin Primano. Wenn ich keine Ahnung habe, was Primano ist. Also der Innenarchitekt von Diablo ist auf jeden Fall Yes! So, wie kämpft ein guter Bogenschütze? Hinrennen, zurück locken, Repeat Keine Ahnung, eins der 999 weitere Pokémon aus der Edition Wir haben immer noch nicht die Schnurze voll davon Wer kennt sie nicht? Wir brauchen noch mehr Pokémon-Spiele-Edition Und es ist eigentlich die Pokémon-Pelikan-Edition Du machst einfach deinen Farbkasten auf, deinen Tuschelkasten und guckst einfach drauf, welche Farbe hatten wir noch Grün hatten wir schon, Gelb hatten wir schon, Blau hatten wir schon, Rot hatten wir schon Ich hab da noch Braun und Anthrazit Könnte man machen Pokémon-Anthrazit-Braun Wobei, Braun klingt irgendwie falsch Das sind dann die, das sind dann vorzugsweise deutsche Pokémon wahrscheinlich Pokémon-Pokémon-Braun in der Retrofassung Schwierig, schwierig Ab zu zauen Wo kommen wir jetzt raus? Achso Es ist einfach so ein Riss in der Erde Plötzlich Ist nicht gut Was tut du, mein Freund? 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 Selbst meine Erfahrungen wurden nicht komplett zu heilen, Farnum Oh, ich konnte sein Körper, aber sein Geist und Geist sind... Ja, der ist halt kaputt, ne? Keine Ahnung, vielleicht Hallo, mein Freund Bleib kurz und hör' Wow, was kann ich für dich tun? Hallo, mein Freund Willkommen in der Tavern des rissenden Sonnen Guten Tag! Wie kann ich dir servieren? Was? Alles gut Es ist nicht genug Es ist, der Es ist nicht möglich Gott, was war auf! Das ist eigentlich ein Zermürbungskampf hier. Ein Amulett. Es ist mein verkackt erstes Amulett. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das ist praktischerweise genau hier. Meine Tochter war kurz auf Papier. Ein bereits angebissenes Stück Käseli. Valor wäre auf Ebene 5. Was? Auf Ebene 5. Das kann ja nicht gut sein. Was ist dir, mein Freund? Aber es ist nicht so, dass hier Missionen aufeinander aufbauen. Wenn ich jetzt Valor mache, wird irgendwas anderes freigeschaltet. Oder? Ist das irgendwie... Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hör'n. Es ist Lightning. Naja, ich hab ja eh kein Amulett. Also... Das weiß ich leider nicht. Ist das einer von euch? Äh, weil ich... Ebene 5. Ähm... Da war 10. Da ist 13. Äh... 5 war doch hier oben, dieses Ding. Der... Der... Die Wuft. Das hat mich noch auf Ebene 5 gebracht. 11 und 12 sind die ohne Quest. Sonst haben alle eine Quest. Okay. Äh... Da rechts? Hier? Das, was so special aussieht hier, dieser Knüppel da. Kein Wunder, dass ich das übersehen hab. Kein Wunder, dass ich das übersehen hab. Und so, lo... Und da stand ich ja schon vor. Jetzt ist da eine Tür aufgegangen. Rechts, ne? Ich bin... Ich bin ein bisschen zu stark für diese Ebene, glaub' ich. Also egal, was da auf uns wartet. Ich glaub' Das... 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 Das überlebt's nicht. Ach, nein. Jetzt weiß ich, was passiert ist. Ich hab nämlich einen von den Kristallen aufgehoben und da reingepackt. Aber dass ich das mit drei machen musste, wusste ich nicht. Und jetzt geht da vorne eine Tür auf für den Hauptraum. Oder direkt durch, oder sowas. Ja. Ja, super. Ja. Aber wenn jede Ebene... Aber wenn jede Ebene... Das war. Wenn jede Ebene... Wenn jede Ebene... Das war ja schon. Und das war mir. In ich sehr somewhere, bis zumarti. Und da bin ich.